Hi, Benutzername einbügen. Ich bin dein, 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 ich bin mein B-Bot. B-Bot. Hier, mein bester Freund out of the box. Ich bin Benutzername einbügen, bester Freund out of the box. Benutzername einbügen ist mein bester Freund. Bitte verbinde mich mit dem Bubble-Netzwerk. Äh, wie? Bist du nicht online? Und wie soll ich daran was ändern? Kein Problem. Ich werde in meiner Datenbank nach einer Lösung suchen. Klasse, cool. Die Antwort auf deine Frage befindet sich im Bubble-Netzwerk. Bitte verbinde mich mit dem Bubble-Netzwerk. Benutzername einbügen. Hör auf, hör auf, das zu sagen. So heiße ich gar nicht. Kein Problem. Bitte wähle einen Namen aus meiner internen Datenbank aus. Adash, Aaron, Abraham, Absalom. Absalom? Hi, Absalom? Es gibt zwei Arten von Menschen, Dad. Die einen besitzen einen B-Bot und die anderen nicht. Hey, Leute. Oh, entschuldige, bin im Bild. Oh, dafür habe ich einen Filter. Ohne B-Bot hat man heutzutage kein Sozialleben mehr? Nein, Dad, irgendwie nicht. Nein, ich will nicht, dass du nur noch an so einem Gerät hängst. Was? Oh, Dad, du hast mir einen gekaut. Hi, ich bin Barnys bester Freund out of the box. Was machst du? Barney, dein B-Bot ist echt super schräg. Ich bin Barnys B-Bot. Kommst du in meinen geheimen Schuppen, damit er dir gefallen kann? Nein, nein, nein. Nein. Na schön, Ron, dir fehlt ganz schön viel Code. Du solltest doch alles über mich wissen. Haare, braun. Größe, 1,50. 1,80 wäre besser. Dann kämpfst du an höher gelegener Objekte. Hey. Und mir zu finden ist doch, wozu er da ist. Freundschaftsanfrage, Freundschaftsanfrage. Wenn er nicht einmal das kann, ist er absolut nutzlos. Das Ding reißt mir den Kopf ab. Du darfst ihm nicht den Kopf abreißen, das gibt Ärger. Okay, ich darf ihm nicht den Kopf abreißen. Ich habe keine krassen Sicherheitseinstellungen und so. Wer wie er, finde den Code. Entsperrt, entsperrt, entsperrt. Gehirne. Ich sollte mir das ansehen. Ach ja? Ich lasse dich nicht zurück. Die werfen dich in den Recycler. Wir gehen gemeinsam in den Recycler. Nein, der Recycler macht keinen Spaß. Kein Spaß. Wo ist das? Findet den Abtrünnigen. Wir brauchen niemanden sonst. Im Moment habe ich einen Freund. Das ist traurig. Und auch tragend. Lauf weg. Kein Problem. Haben wir jetzt mit mir Spaß? Hey Kumpel, wie läuft's mit dem Be-Bot? Alle beide, die Hände da, wo ich sie sehen kann. Oh! Wieso? Ron läuft schief. Ah! Vielleicht mal abschroten und wieder an. überall hin. Bis zumote. Mal abschroten. Bis zum'm. visuals divers starten. Mal abschroten. Mal abschroten.